Sitze. Was schützt du denn da? Sitze. Okay? Ach, das ist gut. Okay, komm mal hier. Okay, komm mal hier. Was schützt du? Danke, was schützt du? Ach, den anderen? Wie nicht. Ja, zu aufgeregt. Hab jetzt noch schmissen, ja? Wie nicht. So richtig nach dem anderen? Takoda auch. Wie ist das nicht los? Du bist doch mal ruhig, was? So, ganz frisch. Ohne, dass ich so irgendjemand anderes ketter vorhaben. Aber nicht. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Sitze. Sitze. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das?